Ein wunderschönen guten Tag, liebe Leute! Hier ist die Firma Haustechnik Vosswinkel. Wir machen einen kleinen YouTube-Kanal, sind aber eigentlich ein Handwerksunternehmen. Das geht raus als Info für alle die, die uns zum ersten Mal sehen. Ich möchte euch heute was über Heizkörper erklären. Es geht um die Unterschiede zwischen Strahlungswärme und Konvektionswärme und ich möchte euch was über Niedertemperaturheizkörper erzählen, die für Wärmepumpen entwickelt worden sind. Ihr Lieben, bei der Analyse der Videos, die wir bisher so machen, stellen wir immer wieder fest, dass die Mehrheit der Menschen, die unsere Videos gucken, unsere Videos zum ersten Mal gucken. Das freut uns natürlich extrem, aber uns ist aufgefallen, wir machen das seit mittlerweile drei Jahren, was wir hier tun und wir gehen immer so ein bisschen davon aus, dass ihr schon tausende von Videos gesehen habt und uns alle schon kennt und alles ist cool. Und wir vergessen immer, dass es auch Menschen gibt, die das Video oder die Videos zum ersten Mal gucken. Weswegen ich einfach auch mal wieder gerade sagen wollte, wer wir sind und was wir tun. Vielleicht für jeden, der sich dafür interessiert, das, was wir hier tun, machen wir nicht hauptberuflich, sondern wir haben irgendwann erkannt, dass uns der Vervielfältiger YouTube hilft, Fragen unserer Kunden, die immer wieder kommen, vorab zu beantworten. Wir verweisen im geschäftlichen Alltag mittlerweile auch auf unsere Videos. Teilweise sind wir schon mit soweit, dass wir Links per E-Mail schicken und sagen, bevor ich Ihnen das jetzt zum tausendsten Mal erkläre, gucken Sie sich das Video an. Das ist der eigentliche Grund, wie wir zu diesem Thema YouTube gekommen sind. Und trotzdem freuen wir uns, wenn es Kunden oder wenn es Menschen gucken, die nicht unsere Kunden sind. Das ist eine coole Sache. Ihr Lieben, ihr Lieben, so ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben, Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Installateur, ich soll hier ein Ventil tauschen. Ihr Lieben, es geht um das Thema Heizkörper. Es geht um ein Phänomen, was wir immer wieder haben, wenn wir fossile Heizungen auf Wärmepumpen umbauen. Die Heizkörper werden gar nicht mehr richtig warm. Ist so eine Aussage, die dann von Kunden häufiger kommt. Ja, stimmt. Aber warum ist das so? Das ist die entscheidende Frage. Letztlich wollen wir mit den Heizkörpern erreichen, dass der Raum, also das, wo wir uns hier drin bewegen, die Temperatur hat, die wir gerne haben möchten. Das ist das Ziel des Heizkörpers. Ich verstehe aber, dass viele Menschen hingehen und mit einem heißen Heizkörper assoziieren, ah ja, der Raum ist warm, denn der Heizkörper ist ja heiß. Funktioniert natürlich bei Heizkörpern, die nur noch von 55 Grad warm im Wasser durchströmt werden, nicht so gut. Also dann hat man dieses Gefühl, Öl nicht mehr so. Und warum das Ganze so ist, hat na klar was mit der Temperatur zu tun, hat aber auch mit den zwei unterschiedlichen Arten zu tun, mit denen ein Heizkörper einen Raum erwärmen kann. Als ihr eine Gasheizung hattet oder eine Ölheizung, völlig egal, haben wir höhere Vorlauftemperaturen gehabt. Das heißt, wir haben einen Heizkörper gerne auch schon mal mit 70 Grad warmem Wasser befüllt oder gar 75 Grad im Vorlauf und haben dann entsprechend heißere Temperaturen gehabt. Wenn 75 Grad hier durch diese Platte ankommen, führt das natürlich dazu, dass dieser Heizkörper sich heiß anfühlt. Er strahlt, deswegen Strahlungswärme, quasi über diese Platten hier eine gewisse Wärme in den Raum. Das nennt man Strahlungswärme. Es gibt aber eine weitere Art, auf die Heizkörper ihre Wärme in den Raum abgeben. Die sogenannte Konvektionswärme. Das sieht man auch, wenn man so einen Heizkörper mal öffnet. Wir zeigen da mal eben ein Bild, in dem man diese Lamellen erkennen kann, die in dem Heizkörper drin sind. Diese Lamellen fungieren wie kleine Kamine und haben auch genau die gleiche Funktion. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, kalte Luft ist unten, warme Luft ist oben. Wir erzeugen also mit diesen Platten, die so ein Heizkörper hat, entsprechend Wärme, die auf die Lamellen übertragen wird. Wir erhöhen die Oberfläche mit diesen Lamellen. Dadurch, dass da Luft zwischendurch steigen kann, wird wie in einem Kamin die Luft von unten quasi über Konvektion durch diese Kanäle getrieben und im Laufe dieses Durchlaufs durch den Heizkörper erwärmt. Klar ist, je größer der Heizkörper ist, umso mehr Kanäle sind vorhanden, desto mehr Wärme kann auf diese Art eben auch abgegeben werden. Die Luft tritt dann hier oben wieder als erwärmte Luft aus, geht in den Raum und das ganze Schema mit sich abkühlender Luft geht einen entsprechenden Kreislauf ein. Und das führt letztlich dazu, dass ein Raum so warm wird, wie er warm werden muss. Es führt aber auch dazu, dass das Thema Strahlungswärme über diese Platten hier nicht mehr so wahrgenommen wird. Was viele Menschen damit assoziieren, dass sie sagen, die Heizung funktioniert nicht richtig, der Raum wird nicht warm. Und bei uns ist es immer so, dass wir in den Telefonaten dann fragen, okay, die Heizkörper werden nicht richtig warm, wie warm ist denn der Raum? Und ihr glaubt gar nicht, wie oft dann kommt, ja weiß ich nicht, habe ich nicht gemessen. Würden Sie das mal tun? Ja, warten Sie mal, hier hängt doch ein Thermometer. Ja, 22,5 Grad. Okay, also ist der Raum warm, oder? Ja, stimmt, der ist ja warm. Richtig, nur die Heizkörper werden nicht mehr so warm. Das Thema Strahlungswärme funktioniert nicht mehr. Das ist also eine Möglichkeit, einen Heizkörper, einen vorhandenen Heizkörper über das Thema Konvektion weiterhin zu benutzen, damit ein Raum warm wird. Jetzt haben wir Situationen, in denen die vorhandenen Heizkörper möglicherweise nicht funktionieren, in Kombination mit einer Wärmepumpe. Das heißt, wir wollen, weil es ja auch effizienter ist, erwiesenermaßen, die Vorlauftemperatur absenken. Für eine Wärmepumpe ist das hilfreich. Eine Wärmepumpe liebt kleinere, geringere Vorlauftemperaturen. Wenn man es jetzt auf die Spitze treiben will, kann man eine Wärmepumpe natürlich auch mit einer Vorlauftemperatur laufen lassen, die eine Fußbodenheizung braucht. 30 Grad, 35 Grad, irgendwie sowas, vielleicht manchmal auch nur 28 Grad, hängt vom Dämmwert des Hauses ab. Alles gut, aber eine Temperatur benutzen, die man für Heizkörper nicht mehr nutzen kann. Das führt zu einer gesteigerten Effizienz von Wärmepumpen. Und man kann jetzt mit einem höheren Anschubinvestition hingehen und die Heizkörper austauschen, damit man noch kleinere Vorlauftemperaturen fahren kann. Jetzt überlegt ihr euch, Moment, 35 Grad im Heizkörper, wie groß müssen die denn dann sein, damit Konvektion noch funktioniert? Richtige Frage, falls ihr sie euch gestellt habt. Das ist nur mit einem kleinen technischen Kniff und Trick möglich. Ich zeige euch mal einen Heizkörper per Bild, den wir hier leider nicht haben. Sogenannter Niedertemperaturheizkörper, in dem Falle von der Firma Yager. Ich kriege da kein Geld für. Es gibt auch andere Hersteller, alles gut. Aber dieses Bild war sehr hilfreich. Ihr seht, dass diese Lamellen auf dem Bild sehr, sehr viel kleiner sind, als in so einem Standardheizkörper. Was ihr aber auch seht, ist, dass auf den Lamellen kleine Lüfter sitzen. Sehen aus wie PC-Lüfter. Und die sorgen dafür, dass diese Konvektion beschleunigt wird. Dass also mehr Luft durch diese Kanäle durchgezogen wird. Ihr seht in der Komplettproduktansicht dieses Heizkörpers auch, dass der vorne gar nicht mehr von Wasser durchströmte Platten hat, sondern nur noch eine Blechverkleidung. Das heißt, das Thema Strahlungswärme ist bei diesen Heizkörpern völlig weg. Die nutzen nur die Konvektion. Und die eben unterstützt durch die Lüfter mit einem schnelleren Luftaustausch. Das heißt, die versuchen, die dann noch geringere Vorlauftemperatur von, sagen wir 35 Grad, über einen Lüfter schneller in den Raum zu bekommen, um den Raum auch warm zu halten. Damit das funktioniert, auch an besonders kalten Tagen, hat sich die Firma Jager was Cleveres einfallen lassen. Und das ist der sogenannte Boost-Knopf. Der sitzt hier oben drauf auf einem kleinen Bedienelement und sorgt dafür, dass der Lüfter in einer höheren Stufe fährt. Jetzt könnte man sich überlegen, Lüfter, ey, da habe ich die ganze Zeit dieses Rauschen, dieses Lüftergeräusch, was wir damals von den alten PCs noch kennen. Nein. Also im Boost-Modus, ich kenne die Heizkörper, ich habe die im Betrieb erlebt. Im Boost-Modus hörst du die. Aber nicht, wenn du, ich sag mal, mehr als einen Meter vom Heizkörper weg bist. Dann hörst du die auch schon nicht mehr. Wenn ihr sie hören könnt, sind sie wahrscheinlich zugestaubt. Im normalen Betrieb hört ihr die nicht. Das heißt, ich kann also mit diesen Heizkörpern dafür sorgen, dass ich meine Wärmepumpe nochmal um 20 Grad im Vorlauf runternehmen kann. Ungefähr die Faustgröße für solche Heizkörper, wie diesen hier, sind 55 Grad im Vorlauf. Also 55 Grad warmes Heizungswasser. Um nochmal 20 Grad runterzugehen, kann ich jetzt diese Niedertemperatur-Heizkörper benutzen, die allerdings, das sei dazu gesagt, einen Stromanschluss brauchen in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers, damit die Lüfter betrieben werden können. Und diese Heizkörper sind auch nicht besonders billig. Das heißt, es hat, Standard, ein Familienhaus hat irgendwas zwischen 15 und 20 Heizkörpern. Und so ein Heizkörper kostet ungefähr, legt mich nicht darauf fest, 2,5 bis 3.000 Euro pro Heizkörper. Und da sind die weit, weit drunter. Das heißt, wenn ihr die auch alle tauschen wollt, habt ihr ein entsprechend hohes Investitionsvolumen. Und dann lohnt sich die Frage der Amortisation durch diesen 20 Grad kälteren Rücklauf und damit weniger Strom, den ihr für die Beheizung braucht. Also das muss man im Zweifel ausrechnen. Ganz ehrlich, wir haben es in der Sanierung so noch nicht eingesetzt. Wir haben es bei ohnehin anstehenden Kernsanierungen schon mal gemacht, wo die alten Heizkörper sowieso auf den Müll geflogen sind und haben es da mal gemacht. Aber nicht, indem wir im Bestand die Heizung tauschen. Da lassen wir die Heizkörper meistens sogar drin, weil sie ausreichend groß sind. Also zusammengefasst, zwei Arten von Strahlungswärme. Einmal zwei Arten von Wärme, Übertragung beim Heizkörper, sorry, einmal die Strahlungswärme über die Platten, einmal die Konvektionswärme im Inneren und der Möglichkeit, das auf die Spitze zu treiben mit sogenannten Niedertemperaturheizkörpern, die eben nur noch über die Konvektionswärme arbeiten. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Ich freue mich sehr über das Anschauen des Videos, das ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Sollten irgendwelche Fragen offen geblieben sein, natürlich gerne immer in die Kommentare dieses Videos. Es gibt bei uns regelmäßig Frage- und Antwortvideos zu unterschiedlichen Themen. An alle Neuen, die das zum ersten Mal gucken, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr guckt noch das ein oder andere Video mehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche Mittwoch, denn immer mittwochs um 18 Uhr gibt es ein neues Video von Haustechnik Vosswinkel. In diesem Sinne, schöne restliche Adventszeit. Tschöö. Das kommt doch noch im Advent, oder?